Leute, hi, willkommen zum zweiten Teil. Ich muss gerade noch mal nachspielen, den Anfang, weil das funktioniert nicht so ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war so geil, ich habe es so genossen, es war ein geiles Spiel. Ich denke, der große Wizard möchte, dass Sie ihn in der Wartante treffen wollen. Well, hier ist es. Der Grund, warum Menschen und Elf sind in einer neverendingen Krieg. Der Relic, für den Menschen und Elf sind bereit, zu sterben. Der Stick der Wahrheit. Kaya. Just zwei Tage ago, wir haben den Stick zurückgebracht. Unsere König war's, aber jetzt ist es, für jemanden kontrolliert das Stick, die Welt kontrolliert. Nicht zu lange, für seine Macht ist zu viel, für die Mere Mutters zu sehen. Jetzt, dass Sie gesehen haben, den Stick der Wahrheit gesehen haben, uns zu diskutieren. Ein Mitglied von meinem König kostet $9.95 für die erste Woche. $4.00, das ist tax-deductible. Alarm! 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 Someone has sounded the Alarm! 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 What ist es? Alarm! Oh mein Gott! Defensive Position! Genau. Defensive Position! Ah! Oh ja. Douchebag, komm, helf uns! Ja, ja, ich komm ja schon. Ich will noch ein bisschen glotzen, was es da so gibt hier. Ich komm schon. Man, negate! Don't let them through! Give us the Stick, humans! Fuck you, Drow-Elf! Come and get it! Cloud, guard the Stick of Truth, while we defend the fortress! Aye, aye! Aye, aye! We're not playing pirates, Clyde! Douchebag, this is your chance to prove yourself. Hold off the asshole elves at all costs! Ha 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 ha! Fuck you, asshole! Ha ha ha! Ha ha! Ja, hold up the asshole elves. Elves. Do it, douchebag! Kick these elves' asses! Come on! You're wounded, douchebag! Potions will heal you here! Okay. Oh yeah. Oh yeah, great, great, great. Okay, okay, okay. Okay. Hmm, hmm, hmm. Okay, if you block all the attacks, you get a counter-attack. Look at your enemy on the ground. We can help us! Kick the shit out of him! Douchebag, you let him get away! Come on, let's try again! Hey, 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 ich hab gar nichts gemacht. Okay, if you block all the attacks, you get a counter-attack. Look at your enemy on the ground. We can help us! Wie kann ich Counter-Attack machen? Mach ich, mach ich, aber wie geht das? Und mach ich, mach ich! Mach ich, mach ich! Okay, wenn du block all the attacks, you get a counter-attack. Look at your enemy on the ground. We can help us! Okay, 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 mach ich! Okay, mach ich! Now finish off these elves in the name of the wizard king! Mach ich! Mit dem... Genau mit der Fähigkeit, oh yeah. Ne, ich mach mir, ich hab mich! Drecksboden, Kamp, Bogenkämpfer. Oh yeah. Hihi! Ah, mein kleiner... Au! Und der kriegt mit dem Judenstab eine auf sie's Maul. Jawohl, mein Freund. Ah, böse, böse reingehauen. Ey, Leute, das ist schon geil. Das macht so'n Spaß. Mit dem Judenstab! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Mit dem Judenstab. Hm, geil. Ja! Ups! Ja, wie soll ich das machen? Ich hab keinen Luschenbogen. Ich hab nur den Judenstab. Okay. Aua! Ha, 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 ha! Oh Mann, er war total erwartet für dich, Mann. Du kannst ihn nicht nur so schießen. Und zwar? Na, kann man im Grunde benutzen, gegen sie befeiligere Fähigkeiten. eine andere Taktik, um ihn zu schützen. Schau an den Archer, hinter seinem Freund, wie ein Wuss. Schau an deinen Archer, Douchbag! Schnapp die kleine Böse! Mach ich! Schau, jetzt kannst du den Archer in der dritte. Geh für den Pinkmit! Okay, also X für einen schweren Angriff. Douchbag, benutze deine Archer! Ja, mach ich doch! Mach ich doch! Mach ich doch! Nein! Ja, Bitch! Das ist was du für schlauern mit dem Wizard-Kling! Geh das! Wichtig, Douchbag! Der Mann ist jetzt bereit für deine Archer. Du musst etwas anderes probieren. Ah, euhhhhh.... Aaaaaaahhhh Ich hab dich auch nicht richtig gefeilt. Euhhhhh... Great job, Douchebag! Okay, okay. Aber mit dem Pfeil und Punkt hat nicht geklappt. Dann muss ich wahrscheinlich ganz schnell schießen. Oh, je, 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 je. Ey, was macht ihr da oben? Was ist mit dem los? Was will der da oben? Oh, 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 oh. Okay, dieser Mann hat eine Schild. Die Schild sind sehr weich. Halt sie mit deinem einfachsten Schild, um sie schnell anzuhalten. Mhm, 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 mhm. Okay, dann gibt's also den Judenstab. Du kannst mich nicht töten! Du hast keine Schild. Das ist Busch League. Nur benutze deinen normalen Schild, damit du ihn wieder hattest. Ah, okay, okay, okay. Normaler Schlag. Mach ich, mach ich. Kein Problem. Jawohl, Baby. Hell ja, das ist so, wie du es machst. Der andere Elf legt seinen Garten. Jetzt ist deine Chance. Powerattacke ist Armour. Hey! Das ist es. Jetzt fängst du ihn! Okay, wenn du all die Attacke blockst, bekommst du einen Counterattack. Schau dir auf deinem Gegner auf dem Boden. Wir können uns helfen. Schick den Scheiß aus ihm! Okay. Ne, ich will das jetzt mal wissen. Pfff! Ha, ha! Okay, wenn du all die Attacke blockst, bekommst du einen Counterattack. Schau dir auf deinem Gegner auf dem Boden. Wirklich, hilflich! Schick den Scheiß aus ihm! Was bin ich schlecht? Ich muss nur mit dem Bogen. Muss klappen. Ah, besser, besser, besser. Okay, okay. Von der Hure? Was soll das sein? Es gibt einen Mutenstab nochmal da, aber richtig, mein Freund. Jawoll. Ey, cool, cool, cool. Okay, okay, okay. Ha, ha, ha. Ha, geil. Drow-Elf, fallen zurück! Fall zurück, ich sage! Ja, das ist ein Muten! Geh das, ihr Scheiß-Elf! Better luck next time! Na, 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 na! We still control the universe! Ha, 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 ha! Es ist Gott. Was? Was? The Stick of Truth. The elves got it. Was? Was? That was your one goddamn job, Clyde! To guard the Stick of Fucking Truth! Ha, 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 ha! Clyde, you are hereby banished from space and time! What? No! You can't do that! Yeah, I can! You're banished and lost in time and space! Yeah! Go home, Clyde! You fought bravely on the battlefield, douchebag. Ha, the duke may be a douchebag, but you sure can't fight! Shut up, Scott. Nobody cares what you think. Anyways, we have a bigger problem now. The Stick of Truth has been stolen, and we must assemble our entire army in order to get it back. But our three best warriors still haven't reported for duty, my king! Our newest member can take care of that. Douchebag, I want you to go out into the neighborhood and find my greatest warriors, Token, Tweek, and Craig. I'm texting their pictures to their personal inventory device now. Token, Tweek, Craig. But beware, the lands outside are full of marauding drowelves, monsters and sixth graders. Be sure you're well equipped. Now go! And send my warriors here! Beware, go with him! Okay, Level 2. Fähigkeit freigeschaltet. Ja, geil. So eine Fähigkeit habe ich denn. Kelly, Scott Markinson. Oh, geil. Judenstab? Fähigkeiten? Was habe ich noch? Juden, Jitsu? Oh, ha, 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 ha. Ho, ho, ho. Setze eine geheime Judenkampfkunst ein. Und dann zieh mir eine Platte... Ey, Leute. Hart? Hart? Echt? Ah, ist ja geil. Units? So mache ich. Oh mein Gott. Okay. Okay, was haben wir hier? Krummsäbel des Tigers. Okay. Das ist ein Zweig. Aha. Sichelschwertes Gläubigen. Passende Waffe für den Kampf. Passende Waffe für den Kampf. Ultimativer. Tiefer Platz. Chris. Schwächt den Angriff des Ziels bei perfekten Angriffen. Und Krummsäbel des T-Bop. Ah, jetzt dreimal. Und dreimal Wurzungswert. Das sieht doch cool aus, oder? Ich glaube... Aber Siegelschwertes Gläubigen. Ich meine... Okay, was soll ich sagen? Ich bin halt... Äh... Ich bin halt... Ja. Jude. Keilshelm. Yeah. Beide... Feinheiten. Äh, genau. Das haben wir schon angeschaut, da will ich eigentlich... Hä? Nix. Dankeschön. Okay. Jetzt guck mal Inventar. Nehme ich mal das Ding hier. Na? Die heilige Jammu kippt sich mal nicht aus, sondern ein kleines Helm? Stopf dieses Takt in den Schlund deines Begleiters, um ihn wiederzubeleben. Aha. Das ist ein Heilstrank. Okay. Timmel! 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 Ja, cool. Philippe Actionfigur! Und Geld. Ja, geil. Oh, da ist noch mehr zu looten. Ja, gleich habt ihr die Gegner ja besiegt, dann gibt es ja Loot auch. Ja, geil. Zersplitterter Pfeil. Oh ja, aber ich habe noch mal einen besiegt. Okay, ja, cool. Vielleicht kann ich das bei ihm noch verkaufen hier, verscherbeln. Ja, Baseballkarte weg, Gabel weg, Actionfigur weg, Spielefall und Spielzeugauto. Ja, gut. Was habe ich? Was habe ich? Einen Judenstab kann ich verkaufen? Und den will doch keiner. Verbrauchsgüter will ich aber eigentlich nichts hergeben. Ne, das ist schon okay. So, jetzt noch mal gucken. Inventar, da haben wir nämlich das hier. Ich nehme mal den Heiltrank. Passt. Okay, Leute. Oh je. Neue Nachricht von Butters. Soll ich mir ein ganzes Taschengeld spenden, weil das eine der Regeln für Paladine ist? Weiß jemand, wem ich es geben soll? Der König verlangt seinen zehnten Paladin. Komm für ein Gespräch zu mir. Ah, geil. Ah je. Ein Punkt ausgeben kann, genau. Fähigkeitenleiste. Fähigkeitenleiste. Was gibt es da alles zu lesen, Jackal? Vorteile. Okay. Okay, ich habe jetzt einen Juden-Jitsu. Scheiße, richtig. Juden-Jitsu. Ist das geil, du. Ah, da gibt es Ausrufezeichen. Okay, cool. Ah, ist schon ziemlich groß, oder? Aber wir gehen jetzt erstmal nach rechts oben. Hier hin. Zum Kaffee Tweak Bros. Oh ja. Was? Ultimative Freundschaft. Ist das in deinem Zimmer verfügbar? Was habe ich gekauft? Das ist schon wieder. Okay. 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 Oh nein. Okay. Ja, cool, cool, ich verstehe. Die Musik finde ich irgendwie voll cool. So, jetzt gehen wir mal ins Zimmer rein und gucken mal, was da in der Truhe auf uns wartet. War das nicht drüber? Hier ist die drüber, genau. Okay, okay, okay. Heilige Jamulke. Ach du Scheiße, habe ich das alles? Habe ich? Ach komm schon. Jetzt frage ich mich nur. Wo sind meine Judensachen? Hallo? Gibt es da nichts für Juden? Oh je, oh je, oh je, oh je. Okay, einen Hut habe ich ja. Oh, die Handschuhe könnte ich mal einziehen, oder? Paladin-Robe. Die ziehe ich auch an, ja geil. Ich bin so ein... Ich bin so ein alter Judi. Ha! So. Ups. Heiliger Ring. Paladin-Handschuhe. Na klar. Hier. Oh yeah. Hey, ich bin... Ganz komischer. Ganz komischer Judi. Aber da fehlt irgendwie... Da fehlt jetzt die Judenrüstung. Sorry Leute, aber. Oder? Die fehlt doch. Fehlt schon. Okay, okay. Nein, nein. Ich decir leider nicht mal. Nein, nee. Der das Molt! Es geht weiter. Aber da ist doch keine Beordwäste. Nein, nein. Das ist doch... Was ist das hier? Okay. Nein, das komme ich hier nicht durch, oder was? Es ist ja hart, also zurück, gehe mal nach links, kein Problem. Ich dachte, ich mache den schnellen Weg da rechts und so. Ne, 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 gehe mal links, allzu gut. Kein Problem. Kein Problem. Töme! Okay. Töme! 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 Tremel! Was ist mit denen los? Oh je, und noch vier auch noch. Okay. Okay. Warum könnt ihr nur heilende Prüfung machen? Okay. Ich drücke A, wenn der Blitz Buttershammer trifft. War gut, war gut. Ja! Okay. Looten, oh nein. Okay. Okay. Es sieht schlecht aus. Hier, holen Sie diese Magik-Potien. Äh, ja. Mach ich. Okay. Aha. Ja, das war jetzt, glaube ich, nicht ganz so klasse. Okay. Yeah, that shit little buddy. Okay. Oh, man bin ich schlecht, ey. Ich bin der schlechteste aller Zeiten. Oh Gott, ich glaube, ich bin der schlechteste aller Zeiten. Okay. Okay, und! Ah, okay, das ist weg, aber ja, hat nichts mehr gebracht. Hab ich einen Tag vor der Wiederbelebung? Hab ich, oder? Gut, sauber, sauber. Na super, ey, so schlecht kann man doch eigentlich gar nichts sein im Abwehren, Mann, ey. Kann ich immer noch keine Fähigkeit benutzen? Ja klar, ne, ne, das steht in dieser Habachtstellung. Hab ich jetzt irgendeine Kraft? Ne, also. Man, I could be watching TV right now. Oh, it's on! Oh, whoa. Let's go, asshole! Gut, sauber, sauber. Oh. Aber den krieg ich. Ja, oder? Gut, ey. Was für ein Kampf, der Kampf der Kämpfe. Okay, ne, nur mit dem Abwehren hab ich noch nicht ganz draus. Aber. Krieg ich auch noch hin. Wir müssen zurück zur Queste an der Hand, mein Herr. Was müssen wir? So, aus irgendeinem Grund hab ich das Gefühl, uns zu sonst schauen, ne, das Level erreicht ja vielleicht sogar das ultimativ. Fick dich, Neuer, alles, ich bin bloß aufgetaucht. Bist du wirst zahlen, das ist schwierig. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Okay, Leute, an der Stelle hören wir jetzt mal auf. Nächstes Mal geht's hier weiter. Und dann mal gucken, was da Spannendes passiert. Oh! Au! Also, bis zum nächsten Mal, mach's gut und adios. Ja, bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.